Wenn dein Kumpel mit seiner Freundin telefoniert und das passiert... Die Jungs von Vorhin, die waren schon frech, gell? Ja, ich schwöre, du musst mal so richtig auf die Fresse hauen. Ohne Witz, wir hätten direkt kurz einen Prozess machen müssen. Auf jeden Fall, Mann, okay. Warte, ich ruf jemand an. Ja, geh kurz ran, Bruder. Ah, ich seh grad, das ist meine Freundin. Baby? Nein, Baby, ist alles gut. Wir entspannen hier so ein bisschen, wir machen uns ganz gemütlich. Was für Baby, was ist los mit dir, Bro? Okay, bis dann, Schatz. Und das war nur meine... Ich mein, das war nur meine Freundin.